Ich habe noch nie einen Spectator gesehen, der getötet wurde, das ist nur so. Naja, wer weiß, ob nicht ein Auftragsmodell da gibt. Oh shit, nach rechts chargen. Wir müssen die töten, wir müssen die töten, na erstmal, weil die Information laufen. Wir müssen die töten, bevor die Gegner hinter uns uns eingeholt haben, ne? Wir haben nicht wirklich einen Flüttenspieler, oder? Wir warten, bis sie sich formieren. Und mich in der Haken verwickeln lassen. Nicht anlegen! Jetzt schießen! Dann weiterlaufen, Leute! Hebt deren Waffen auf! Wir laufen durch und sag´s eigenes Atti-Feld ist ja okay, ne? Ja, hebt Waffen auf und schießt doch! Aber achtet darauf, dass wir nicht mehr schießen, nicht mehr schießen, nicht mehr schießen. Hinter uns, Kampf hinter uns, Kampf hinter uns, Kampf! Oh ja, umdrehen! Nein, das heißt nicht! Nicht den Admin, nicht das Admin-Pferd! Nicht das Admin, das Admin. Achso, ich geh dir nackt mit den Invertretten. Ey, schau mal! Er soll einfach mal weghalten. Achtung, da kommen noch die Jäger. Da gehst du nicht nach rechts blocken, das ist normalerweise der Angriff für dich. Wir haben keine Jäger, die haben nur Leichte. Äh, Leichte. Geift sie an! Nee, wir sind nicht die Leichte chargen, Leute, das sind zu viele. Da kommt noch eine! Mr. Finn sagt, die wird gecharged, wird die gecharged. Was war das jetzt? Oh mein Gott. Miko, was tust du? Ja, mach das! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Boah, der Tiefkoll hat mich gehorcht, ey! Ja, so wird Tiefkoll. Nein, aber zwei mich! Warte mal groß! Warte mal groß! Wo bist du, Chiara? Wow! Ähm, was ist denn der Tiefkoll? Ahhhhhhhhhhh! Oh, shit. Ja, für dich, HW-Korbs, Freitags, Lime Battle und das Passwort ist Puddingkleingeschrieb. Warte Dank! HW-Korbs, Freitags, Eure. Mhhhhh! èrrrrr, ein ganzes Deal, drei Leute getötet. Mhhhhh. Oh, das kannst du ja alleine! AHHHHH! Oh, da kannst du ja irgendwann! Oh, da kannst du ja hier drei Leute getötet! Alter, hier, sehr schön, ne? Alter! Sama von Funk, Sama von Funk, er soll sich wirklich eine Brille besorgen. Keiner von uns hat im Charge geschossen. Doch, doch, doch! Wer? Fug ist scheiße. Die haben doch noch geschossen. Also vorne haben wir die ersten im Charge und hinten haben die letzten noch geschossen gehabt. Habt ihr eigentlich gelesen? Das hat schon gestimmt. Habt ihr das gelesen, wo gesagt hat, jeder, der in den nächsten Runden in den Charge schießt, wird besagt, ob das gelesen? Ja. Aber nur von der zweiten. Ja. Ja, nur von uns. Ist das mein Ernst? Ich hab fünf Leute in den Charge geholt und dann schießt er mich durch. Warum leuchtet der Hefen denn so blau und ich weiß nicht so gelb? Ja, bleib locker. Das ist leider ein Extremer hier. Ich weiß auch nicht warum. Warum leuchtet der Hefen denn so? Ja. So. Locker Formation. Halt bei mir und freies Feuer. Schön. Ich glaube, wir haben ihren Offizier erschossen. Schreibt mal eine Story rein. Philipp, du hast ihn erwischt. Ja, ich bin dabei. Alles gut. Okay, gut. Los, schieß nochmal. Ihr habt ihr geschossen. Schieß, los, schieß. Ach, zwei. Geht Charge. Schmeck nicht alleine dich! Off the Aim. Ja, nein. Ich weiß kein Off the Aim oder so, ne? Mist of Kopfhauer. Ich gebe... Ich war echt nicht gut drauf. Jetzt ist zu spät. Wir gucken gleich mal nach dem Gefecht, der noch am Leben ist. Hilfe! Die verreugen mich. Die mobben mich. Okay. Ah, zieht ihr. Ach, komm. Go Ezio, go! Ezio, weiterchatschen! Ezio, kämpf! Lauf nicht weg! Er schießt dich sonst! Ezio! Nein Ezio, das war nicht erlaubt. Warum nicht? Weil du keine Linie bilden konntest. Du darfst alleine nicht mehr schießen. Ist dir noch egal. Nein! Das ist jetzt nicht übertrieben, das war ein Gefecht mit dem Scharf. Du verstehst nicht. Ich konnte keinen erwischen, weil ich... Gott, gehst du, der Kaiser! Weiße! Tja, ich hab fünf Leute mitgerissen. Ja, ja. Ja, da bist du... Alter, ihr, der letzte... Jeder kann reden. So, wir führen, ne? Ezio, das war nicht. Das ist blöd für die Linie. Die zerflückt sich jetzt schon wieder. Ja, Ezio! Ja, Ezio! Weißt du, Kakashi, wir sollten einfach einführen, dass man... Äh... Alle Leute erschießen darf, die aus der Linie rausschreiben... Äh... Rauslaufen wegen Chat. Wegen Chat, meine ich. Man sollte... Man sollte einstellen können, als hätten wir, dass der Chat gesperrt ist. Also, Formation! Ja, dass die Tasse T gar nichts... Lockere Formation ausgerufen! Vielleicht mach ich das. Also... Modifizieren, dass das nicht geht. Schreib mal ein Skript für die Server oder so. Ja, muss ich mal gucken. Ich glaube, du wirst dann von den Hosts von LBs geliebt. Könnte passieren. Dann schreibst du noch gleichzeitig ein Skript rein, der dich überall zum Atmen macht. Nee. So assi bin ich. Hm. Ich bin Nighthack. Heißt ja nicht Flamir. Hehehe. Hehehe. Wer hat das gesagt? Schmaß. Ihr habt euch echt lebt hier heute. Also, Tempere Ritter, ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, wir sind jetzt... Lass ihn, er weiß schon, was er macht. Wir sind jetzt alleine. Alles gut. Alles gut. Äh, leicht Formation. Tempere Ritter, wir hätten rechts von uns eine coole Mulde, wo man keinen stellen kann zum Dußen. Oder einen riesen Berg. Machen wir das. Oh, doch, ich höre ihn zu nerven. Lass ihn doch rein. Halt, Logo Formation und freis Feuer. Treffte eh nix auf die Tasse. Mach da Vertrauen in deine Leute. Weil 20 Schuss muss irgendwas. Ne, muss nicht. Ne, ist mir egal. Verbindung mit Server unterbrochen. Hat das noch wer gehabt? Läuft ja, der hat sich schon wieder durch die Gegend, weil er geflogen ist. Alle noch. Du hast ihn, wie du denn? Ne, ist mir egal. Und wie du? Du hast ihn, wie du? Vielen Dank.